Aus Erzählungen bei meinen Yoga-Retreats sowie euren Storys auf Instagram habe ich mitgekriegt, dass viele von meinen YouTube-Yogis gerne Yoga gemeinsam mit ihren Kindern machen. Daher habe ich mir gedacht, heute mal Yoga für die ganze Familie. Diese Einheit ist wirklich für Kinder geeignet, für die Eltern, für Opa und Oma, für jeden Yoga-Anfänger. Die Akune sei da extra mit dabei und schon tiefenentspannt, schon beim Yoga machen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, ich bin der Marcel Clementi. Und hier findest du jeden Mittwoch eine neue Folge von meinem Good Vibes-Podcast, wo ich über ein glückliches Leben spreche und jeden Sonntag eine neue Yoga-Einheit. Bevor wir starten, würde ich dich bitten, den Kanal zu abonnieren. An alle Kinder, falls deine Eltern oder Großeltern nicht wissen, was abonnieren ist, dann sorg es ihnen gerne, drückt den Like-Button, das wäre die größte Unterstützung. Ich sage vielen Dank, alle meine Angebote zu Yoga-Retreats, Yoga-Lehrer-Ausbildungen und einem Online-Kurs sowie einem Handstand-Kurs findest du unten in der Videobeschreibung auf meiner Webseite. Und falls du mich persönlich kennenlernen willst, hast du auch online jeden Monat die Möglichkeit, bei einer Live-Yoga-Einheit, die ist dann länger als wie dieses YouTube-Video und gerne auch für die ganze Familie. Gut, ich würde sagen, wann immer du bereit bist, schnapp die Matte und los geht's. Wir starten heute in einem Toe-Squad, das heißt, wir stellen die Zehen auf und setzen uns da hinten auf die Fersen drauf. Sollte das unangenehm sein und nicht zu fein sein bei den Füßen, dann kannst du natürlich auch die Zehen ablegen und die hinten auf die Fersen draufsetzen oder in einen Schneidersitz wechseln. Wichtig ist nur, dass wir uns am Anfang von dieser Yoga-Einheit kurz die Zeit nehmen für fünf tiefe Atemzüge. Also schließ gerne mal deine Augen, egal in welcher Sitzposition du dich befindest. Versuch da wirklich tief durch die Nase zu atmen, bis in den Bauch. Mit der Ausatmung entspann deine Schultern. Ganz tief einatmen. Beim Ausatmen entspann dein Gesicht. Tief ein. Und fest ausatmen. Das noch zweimal. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Sollte das sehr unangenehm sein mit den Füßen, dann gerne öfter machen. Das ist ganz, ganz wichtig für deine Füße, dass sie gesund bleiben. Und dann mach mal zwei Feuchte und kreis zu dir. Einfach zu dir kreis mit den Fäusten, um die Handgelenke aufzuwärmen. Auch ganz wichtig, immer aufwärmen, bevor wir Sport machen oder eben Yoga. Kreis mal weg von dir. Und jetzt ein bisschen was zum Denken. Eine Faust kreist weg von dir und eine zu dir. Und zwischendurch auch den Rhythmus wechseln. Also die Seite wechseln. Und ansonsten einfach ein bisschen kreisen. Hauptsache deine Handgelenke werden warm. Super. Dann gehen wir vor auf alle Viere und machen Katze, Kuh. Die Arme schulterbreit, die Beine hüftbreit. Schön die Finger spreizen, damit sich das Gewicht verteilt. Und deine Zeigefinger schauen nach vorne. Atme dann mal tief ein. Kipp dein Becken, das heißt der Hintern geht raus. Die Brust geht hoch. Und der Blick geht nach oben zur Decke. Und mit der Ausatmung bring dein Kinn zur Brust. Streck die Arme fest durch. Und drück die da aus den Schulterblättern raus. Das ist unser Katzenbuckel. Wieder einatmen. Becken kippen, Brust heben, Blick nach oben. Das ist die Kuh. Und dann wieder runter, Rücken, Arme durchstrecken in die Katze. Wechsel zur Kuh. Becken kippen, leichtes Hohlkreuz, Brust heben, der Blick nach oben. Und mit der Ausatmung in die Katze. Das noch zwei, drei Mal. Das ist super für deinen Rücken. Am Morgen oder am Abend nach dem Sitzen. Das tut einfach gut für jeden. Ganz, ganz wichtig, das regelmäßig. Am besten jeden Tag zu machen. Und dann komm wieder in eine normale Position. Geh mit deinen Händen ein Stück weiter vor. Ihr habt ja jetzt gar nicht so viel Platz wegen der Akuna. Ich werde etwas nach hinten gehen. Und dann stell die Zehen auf und komm in den ersten herabschauenden Hund. Da können die Knie gerne gebeugt bleiben. Wichtig ist, dass dein Rücken da schön lang wird. Die Arme fest durchstrecken. Schau zu deinen Zehen, dass dein Nacken schön lang wird. Und wenn du magst, kannst du dich da auch ein bisschen bewegen. Wie ein Hund, der sich bewegen würde beim Spazierengehen. Ab und zu mal ein Knie beugen. Und dann ein anderes Knie. Und so wie auch der Akuna, wenn sie spazieren geht, muss sie einmal bisseln gehen. Deswegen kann man mal das linke Bein heben zur Seite. Und dort kurz halten. Wie wenn sie Pipi machen würde. Und dann wieder nach unten. Auf die andere Seite das Bein hochheben. Und dann wieder nach unten. Noch ein bisschen bewegen. Sehr gut. Und dann machen wir ganz viele kleine Schritte nach vorne. Und dann komm in eine Vorbeuge. Lass die Knie gebeugt. Den Oberkörper hängen lassen. Da mal alles ausschütteln. Die Arme, die Schultern. Und dann den Kopf nach links und rechts und vor und zurück. Kannst ein bisschen dein Gesicht entspannen. Genau. Super. Ein bisschen abhängen da gemeinsam mit mir. Den Kopf nach links und rechts, vor und zurück. Um Verspannungen zu lösen. Im Nacken, im Schulterbereich. Und dann beug deine Knie noch ein Stückchen mehr. Bring dein Kinn zur Brust. Und roll ganz langsam hoch. Wirbel für Wirbel. Sehr gut. Jetzt machen wir einen Sonnengroß gemeinsam. Also wir grüßen die Sonne, dass sie hoffentlich scheint. Ganz am Anfang der Matte. Kann jetzt nicht vorgehen, da liegt ja die Akuna. Aber ich starte einfach hier. Vielleicht ist bei dir ja auch ein Hund oder eine Katze auf der Yogamatte. Hüftbreiter Stand. Arme seitlich. Atme hier nochmal ganz tief ein. Und fest aus. Sehr schön. Jetzt geht's los. Mit der Einatmung die Arme seitlich weit nach oben. Blick zu deinen Händen. Und mit der Ausatmung versuch Richtung Zehen zu kommen mit deinen Händen. Egal, ob das jetzt ausgeht oder nicht. Vielleicht kannst du die Zehen berühren. Vielleicht himmst du so weit. Das ist voll okay. Einatmen. Gerader Rücken. Zieh den Rücken da in die Länge. So wie ein L. Und mit der Ausatmung bring die Hände auf die Matte. Und steig nach hinten. Hoppala, Kona. In deinen Stütz. Die Arme fest durchstrecken. Die Füße gern zusammenbringen. Und dann drück die da fest aus den Schulterblättern raus. Bisschen mehr Kraftübung. Aber ist super. Da bauen wir unsere Muckis auf. Unsere Muskeln. Halt mal noch kurz. Sollte das auf den Handgelenken wehtun, kann man auch die Feuchte verwenden. Und wenn das zu viel wird, kann man auch jederzeit natürlich eine Pause machen. Kurz halten wir noch. Für drei. Zwei. Eins. Jetzt muss ich auch mal fest die Haare von der Kona wegpuschen. So. Schieben wir wieder nach vorne. Und dann ganz langsam nach unten. Vielleicht mit Hilfe deiner Knie. Dann schaut das so aus. Vielleicht kannst du ihn noch mal hochdrücken. Und schaffst du es ohne Knie. Aber schau, dass die Ellbogen nah bei dir bleiben. Sehr gut. Leg die Zehen auf. Und jetzt gehen wir in die Cobra. In die Schlange. Und zwar heben wir da die Brust. Die Zehen bleiben auf der Matte. Und dann gerne mal die Hände heben. Der Blick nach unten für den langen Nacken. Und dann versucht einmal hochzukommen mit der Brust. Das ist die Schlange. Auch super für den Rücken. Gegen Rückenschmerzen. Also auch für die Opas und Omas da draußen ist es eine super Übung, um Rückenschmerzen loszuwerden. Sollte es zu viel werden, einfach jederzeit ein kurzes Päuschen einlegen. Und dann nochmal hochgehen. Es geht weder beim Yoga noch im Leben darum, perfekt zu sein. Wichtig ist nur, dass man sein Bestes gibt. Auf der Yogamatte einfach machen, was sich gut anfühlt. Und dann langsam wieder ablegen. Die Hände seitlich neben der Brust. Und dann drück die da mal fest nach hinten in eine Child's Pose. Wandere mit den Händen weit nach vorne. Drück die Hände in die Matte. Und das ist auch die Alternative zum herabschauenden Hund. Also sollte der herabschauende Hund zu anstrengend sein, gerne in dieser Position bleiben. Du kannst aber auch gerne jetzt die Zehen aufstellen und wieder in den herabschauenden Hund kommen. Diesmal ohne Bewegung. Versuch die Fersen Richtung Matte zu drücken. Die Fersen müssen die Matte aber nicht berühren. Du und meine Fersen ja auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Versuch auch hier wieder tief zu atmen. Zwei, drei tiefe Atemzüge. Und dann steigen wir nach vorne. Du kannst auch nach vorne hüpfen, wenn du magst. Oder du steigst nach vorne oder machst mehrere Schritte. Hauptsache wir kommen wieder in so eine halbe Vorbeuge. Also in dieses L. Kurz hier halten. Mit der Ausatmung ganze Vorbeuge den Oberkörper hängen lassen. Versuch die Beine durchzustrecken, so gut wie es geht. Schultern locker. Und dann beug die Knie ein Stückchen. Die Arme gehen seitlich weit nach oben. Blick zu den Händen. Und ausatmen, Hände zur Brust. Der Kunna hat es sich da jetzt gemütlich gemacht. Die werden wir jetzt wieder herlocken. Die nächste Übung ist super für deine Balance. Und zwar gehen wir da jetzt in den Baum. Der kann entweder so ausschauen, dass die Ferse in der Luft ist. Du kannst versuchen den rechten Fuß auf den Waden, also auf den Unterschenkel zu bringen. Vielleicht sogar auf den Oberschenkel. Schau, dass das Knie zur Seite schaut. Die Hände zur Brust. Oder vielleicht über den Kopf. Du entscheidest. Wenn das heute sehr wackelig ist, kannst du dir auch gerne bei deinem Yoga-Buddy, bei deinem Papa, Mama oder mit wem du heute Yoga machst, halten. Oder du findest selber die Balance. Und da können wir einen kleinen Wettkampf draus machen, auch wenn es beim Yoga natürlich nicht darum geht, etwas zu gewinnen. Aber versuch mal ein Auge zu schließen. Und wenn es gut geht mit der Balance, dann versuch mal beide Augen zuzumachen. Da wird es gleich viel schwieriger. Und wenn man umfällt, dann ist es gar nicht schlimm. Dann probiert man es einfach noch einmal. Und dann wechseln wir die Seite. Linker Fuß entweder so ein bisschen anheben, vielleicht zum Unterschenkel oder bis rauf zum Oberschenkel. Ich finde auch hier wieder die Balance. An manchen Tagen geht es ein bisschen besser. An manchen Tagen ist es ein bisschen schwieriger. Das ist ganz normal. Wir machen einfach das Beste draus. Du kannst die Arme hochheben oder bei der Brust lassen. und auch da, wenn du magst, ein Auge zu machen oder vielleicht sogar beide. Baum fällt auch manchmal oben. Probieren wir nochmal. Super. Und dann alles ausschütteln. Als nächstes gehen wir ins Dreieck und dehnen da schön die Seite. Der linke Fuß ist parallel zur kürzeren Seite der Matte. Der rechte Fuß schaut nach vorne. Ungefähr, ja, so vom Abstand, so ungefähr wie bei mir sollte das ausschauen. Die Arme gehen in Schulterhöhe. Und falls es jetzt zu schwierig ist, zeige auch gerne eine Alternative oben im Eck, damit es ein bisschen einfacher ist. Mit der Einatmung lehne ich nach vorne und mit der Ausatmung versuche, die rechte Hand zum Schienbein zu bringen oder vielleicht bis nach unten zum Fußgelenk. Der linke Arm geht rauf zur Decke. Achte darauf, dass die Schulter in der Höhe bleibt. Von der Hüfte drehe den Oberkörper auf und beide Beine, wenn möglich, durchgestreckt. Du kannst jetzt nach oben schauen oder nach unten, ganz egal. Versuche auch hier tief zu atmen. Für fünf, vier, drei, zwei, eins. Beug dein vorderes Knie, komm langsam wieder hoch, dreh den rechten Fuß und dreh den linken Fuß. Jetzt schaut der linke Fuß nach hinten, rechter Fuß ist parallel, Hüfte schön aufdrehen, Arme in Schulterhöhe, einatmen nach links und ausatmen, die linke Hand geht nach unten, rechter Arm hoch. Achte darauf, dass die Schulter nicht so nach vorne geht, also es soll nicht so ausschauen, sondern die Schulter schön nach hinten ziehen, öffnen und auch hier wieder tief atmen. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorderes Knie beugen und dann langsam wieder hoch und alles ausschütteln. Super. Jetzt stellen wir die Füße ein bisschen weiter voneinander entfernt, der rechte Fuß schaut diagonal nach rechts, der linke Fuß diagonal nach links, wir beugen die Knie und die Knie schauen in dieselbe Richtung wie deine Füße. Da setzen wir uns schön tief, dann spüren wir das gut, in die Oberschenkel, zieh die Arme nach hinten, 90 Grad und gerne auch Daumen und Zeigefinger zusammen, so gehen wir nach hinten. Halte hier mal, super für die Kraft in den Oberschenkeln, auch für die Dehnung in den Beinen und dann denk mal an eine Situation vor kurzem vielleicht, vor ein paar Tagen oder Wochen, wo du so richtig grantig warst, du warst so richtig sauer, wütend. Wie hat sich das angefühlt? Wahrscheinlich nicht gut, oder? Und ich zeige dir jetzt, wie die Löwen das machen, wenn sie grantig seien. Die lassen das nämlich alles raus und los und dann geht es ihnen wieder gut. Und das funktioniert bei uns auch. Ich zeige dir das jetzt. Wir atmen tief ein, wir halten die Luft, dann machen wir eine Grimasse, eine ganz gruselige Grimasse. ganz die Augen zusammen, das Kiefer, die Stirn, alles runzeln wir. Und ich zähle dann fünf, vier, drei, zwei, eins. Dann gehen die Augen auf, der Mund auf, die Zunge raus und dann tun wir so ein richtiges Löwengebrüll. Okay? Und lassen das Ganze los. Ganze Druck, den Ärger, den lassen wir los. Probieren wir. Wir halten immer noch da. Gutes Training. Tief einatmen. Grimasse machen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. Noch einmal tief einatmen. Fest alles anspannen. Grimasse. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ein letztes Mal. Tief einatmen. Fest anspannen. Grimasse. Fest, fest, fest. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und dann alles ausschütteln. Und das nächste Mal, wenn du grantig bist, dann tue dich gar nicht lang ärgern, sondern denk an den Löwen. Das machst du dreimal. Und ich verspricht dir, es geht dir besser. Als nächstes setzen wir uns auf die Matte. Streck deine Beine nach vorne. Die Füße schauen zu dir. Zack. Gerade rücken. Einatmen. Und mit der Ausatmung lehn dich nach vorne und versuch deine Zehen zu greifen. Vielleicht geht es uns aus, vielleicht auch nicht. Sonst greifen wir daher zum Schienbein. Achte aber drauf, dass der Rücken wirklich gerade bleibt. Also nicht so nach vorne. Es war wirklich ein gerader Rücken. Die Schultern bleiben ganz locker. Und auch hier wieder ein bisschen tief atmen. Dann spürst du da eine Dehnung. Oder schließ mal die Augen und schau selber, wo du eine Dehnung spüren kannst. Wo spürst du das Ziehen? Ist es angenehm? Oder nicht so angenehm? Wenn es gar nicht mehr angenehm ist, dann kannst du natürlich auch aufhören. Niemand zwingt dich da. Das muss schon fein sein. Das muss schon Spaß machen, das Yoga. Dann noch zwei, drei tiefe Atemzüge. wieder ganz fest durch die Nase einatmen. Und aus. Letztes Mal tief ein. Und aus. Super. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, wieder raus. Beine ausschütteln. Und dann machen wir jetzt nur den Schmetterling. Dafür bringen wir die Füße zusammen. Die Knie gehen nach links und rechts. Du kannst deine Füße halten. Und dann lassen wir diesen Schmetterling fliegen. Und zwar bewegen wir die Flügel auf und ab. Ganz locker. Ganz langsam auch. Nicht zu wild. Um auch da zu dehnen. Um beweglicher zu werden. Ist eine super Übung auch für alle Papas, die im Schneidersitz nur so sitzen. Und sich da ganz schwer tun. ist der Schmetterling eine super Übung. Also unbedingt auch mit den Papas gemeinsam Yoga machen. Yoga ist auch was für Männer. Wie man sieht. Ich bin auch ein Mann. Die Kune ist eine Mädel. Geh, Papi? Sie ist eine sehr brave Henne. Das machen wir gerade noch ein bisschen. Lassen wir den Schmetterling fliegen. Und zum Ende habe ich was ganz was Besonderes für dich. Davor machen wir noch eine andere Übung zur Entspannung. Und zwar schütteln wir die Beine wieder aus und gehen in eine Kerze. Falls du die Kerze nicht machen kannst, dann bleibt der untere Rücken auf der Matte und du lagerst einfach nur die Beine hoch. Dadurch rinnt das Blut von den Füßen, von den Beinen in deinen Oberkörper. Das haltet uns jung. Das haltet uns frisch. Fördert die Entspannung. Das wäre Variante 1. Und Variante 2 die Kerze. Die Beine gehen über den Kopf. Du greifst auf den unteren Rücken und dann gehen die Beine rauf zur Decke. Das sollte fein sein im Nacken. Keine Schmerzen im Nacken. Sonst bitte in die Variante 1 wechseln. Du stützt die da auf deinen Ellbogen ab. Da halten wir noch kurz. In der Kerze. Für 5, 4, 3, 2, 1. Und ganz langsam wieder nach unten. Also wirklich langsam abrollen. Lass den Kopf auf der Matte. Du kannst auch die Hände links und rechts auf den Boden bringen und schön langsam abrollen. Und jetzt probieren wir da direkt ins Boot zu gehen. Das heißt, der Oberkörper geht hoch. Die Beine bleiben in der Luft. Zack. Und dann ist das noch ein kurzes Training für den Bauch. Gerade Rücken. Die Knie gebeugt. Das ist das Boot. Und dann stell dir vor, du würdest jetzt rudern. Du kannst auch gerne wieder die Hände greifen von deinem Yoga-Freund, mit dem du gerade Yoga machst, die Yoga-Family, Papa, Mama, Opa, Oma, bei den Händen schnappen. Und dann tun wir rudern. Wie wenn wir in einem Ruderboot sitzen würden. Das ist gut für die Bauchmuckis. Die wären da ganz hart. Machen wir nur 5, 4, 3, 2, 1. Super, sehr gut. Zum Abschluss habe ich was ganz Besonderes geplant. Und zwar machen wir jetzt die Krähe. Die Krähe ist eine Arm-Balance. Ist ein bisschen schwieriger, aber das heißt nicht, dass es beim ersten Mal gelingen muss. Sondern man muss das immer und immer wieder üben. Ich zeige dir mal, wie das ausschaut. Das ist richtig cool. Das ist die Krähe. Und das probieren wir jetzt gemeinsam. Damit dir da nichts passiert, schnappt dir am besten einen Polster. Ich hole auch schnell einen. Den Polster kannst du vor dir hinlegen, damit, wenn du nach vorne fallst, du mit dem Kopf nur auf dem Polster landest. Das ist ganz, ganz wichtig. Hakuna, machst du uns ein bisschen Platz für diese Arm-Balance? Dankeschön. Auch hier tun wir wieder die Finger spreizen. Und der erste Schritt wäre, dass du die Oberschenkel gegen die Arme bringst. Opas und Omas, wir schaffen das gemeinsam. Nicht ausschalten, sondern dabei bleiben. Das kann wirklich jeder schaffen. Und zwar drücken wir da die Beine gegen die Arme. Wir legen noch gar nicht ab, sondern drücken da dagegen. Schauen nach vorne. Der Blick bildet da ein schönes Dreieck mit den Händen. Den Polster platzieren. Und dann drücken wir die Beine gegen die Oberarme. Lehn dich nach vorne. Und heb mal einen Fuß. Vielleicht einen zweiten Fuß. Und dann wieder absetzen. Das wäre der erste Schritt. Und vielleicht ist das genau das Richtige für heute. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Du lehnst ihn nach vorne. Ein Fuß geht hoch. Und der zweite Fuß geht hoch. Und dann sind wir schon in der kleinen Babykriehe. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn du möchtest und wenn es dir gelingt, kannst du versuchen, dein Knie auf den Trizeps zu bringen. Das ist da der Teil vom Oberarm. Du beugst wieder die Arme. Lehnst dich nach vorne. Dann geht ein Fuß hoch. Der zweite Fuß hoch. Gerne kurze Pause. Und wenn es gut funktioniert, nach vorne. Ein Fuß hoch. Und der zweite Fuß hoch. Und das ist die Krähe. Falls dir solche Arm-Balancing-Posen Spaß machen, gibt es da noch ganz viele andere, die cool ausschauen. Und die man lernen kann. Da kann man wirklich ganz viel machen. Und lernt nie aus. Da habe ich einen eigenen Arm-Balance- und Handstandkurs, den man auf meiner Webseite findet. Und da wünsche ich ganz viel Spaß noch beim Üben. Gerne noch ein bisschen die Krähe ausprobieren. Ich sage vielen Dank, dass du mit mir Yoga gemacht hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bitte denk daran, den Kanal zu abonnieren. Den Like-Button zu drücken. Erzähl bitte gerne, dass du jetzt Yoga machst. Deine Lehrerin, deinen Freunden. Dass auch die mit dem Yoga anfangen. Damit es uns allen gut geht. Damit wir alle fit und gesund seien. Alle meine Angebote zu Yoga-Retreats, Online-Kursen und der Möglichkeit, mich persönlich zu treffen, ist unten auf meiner Webseite. Und dann wünsche ich dir noch ganz ein feines Tagele. Und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Yoga wieder sehen. Schreib gerne auch einen Kommentar. Wer hat denn heute alle mitgemacht? Welche Kinder waren dabei? Wie alt hat es euch gefallen? Soll es einen zweiten Teil Yoga für die ganze Familie geben? Dann vielleicht auch mit meinem zweiten Hund, dem Philou. Der ist gerade noch oben. Und dann wünsche ich dir schöne Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe, macht's gut und ciao, ciao.